Was soll ich sagen? Boah, das ist eine schwere Frage. Mein erstes Fußballtrikot habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ich glaube 1966 oder 67 muss es gewesen sein. Es war rot, hatte so einen weißen Absatz hier mit so Schnüren, die man so zusammenziehen konnte und einen weißen Kragen. Also eh fast Einsichtsfarben, kann man sagen. Ja, genau. Geschichtlich würde ich sagen Preussi nicht. Aber ich würde sagen für meine Zeit, für mein alter Pelé. Oh, das ist ganz schwer, weil ich eigentlich gerne verreise. Ich bin in der Vergangenheit häufig auf Mallorca gewesen. Das gefällt mir sehr gut, weil es sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat, Urlaub zu machen. Ruhe, man kann an die Küste und so. Aber jetzt war ich in Kroatien und auf verschiedenen Inseln in meinem Wohnmobil unterwegs. Es war auch wunderschön. Also ich will mich da nicht festlegen. Es gibt ganz, ganz viele schöne Orte und einen Ort zu nennen wäre ein bisschen zu wenig. Mein Lieblingsessen ist Shawarma. Shawarma ist ein israelisches Gericht, was ich sehr, sehr gerne esse. Mein Lieblingsort in Frankfurt ist zum einen die Nida an sich. Dann gibt es diesen alten Flughafen in Bonnames, wo wir auch als Familie sehr gerne sind, weil da viele Freizeitmöglichkeiten sind. Aber eine Fahrradtour an der Niederlande ist wunderschön. Da wäre ich wahrscheinlich, boah, das ist eine schwere Frage, wäre ich wahrscheinlich bei BAP. Ja, BAP ist seit 1983 so meine Lieblingsband. Ich habe da sehr, sehr viele Konzerte gesehen. Ich glaube über 50. Mich verbindet mein Studium in Köln mit BAP. Und ich finde, dass Wolfgang Niedicken hervorragende Texte macht, sehr sozialkritische. Mir gefällt auch die Musik an sich, weil sie zwischen ruhig und rockig alle Varianten, alle Facetten bietet. Als Fußballer? Ja. Oh, das wisst ihr schon, dass das sehr lange bei mir her ist. Also ich kann mich nicht an das erste Spiel erinnern, aber ich kann mich an das erste Training erinnern. Das war nämlich quasi so ein Scouting von den Leuten, die uns dann im Verein aufnehmen wollten. Und ja, das war natürlich etwas ganz Besonderes für mich. Ich war noch nicht im Verein, das muss 1968 gewesen sein, acht Jahre war ich da, glaube ich. Dann wurde das aber wegen ganz heftigem Regen abgebrochen irgendwann. Und ja, ich war todtraurig, weil ich wollte eigentlich noch länger spielen, länger trainieren. Aber an das erste Spiel, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich wohl an das erste als Trainer, also in der Bundesliga, da kann ich mich dran erinnern. Was war das? Das war mit Bayer Uerding, damals in der zweiten Bundesliga, das erste Meisterschaftsspiel gegen Hannover 96. Zweite Liga, das ging 1 zu 1 aus. Kurz vor Ende des Spiels hat Stefan Passlack ausgeglichen. Mein Idol war Sigi Held. Also ich war immer Fußball, war total fußballverrückt, fanatisch, alles andere kannte ich eigentlich gar nicht. Also Fußball war mein Ein und Alles, wie es früher halt so war. Und Sigi Held habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen, 1966 im Europapokal-Endspiel gegen Liverpool, wo Borussia Dortmund 3 zu 2 gewonnen hat. Er hatte so kurz geschorene blonde Haare, wie ich als Kind eigentlich auch. Und deswegen wahrscheinlich ist es so gewesen, dass er lange mein Lieblingsspieler gewesen ist, bis ich so elf, zwölf Jahre alt wurde. Ich habe lange Tennis so nebenbei gespielt, als Hobby gehabt. Und mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt im Keller eine Tischtennisplatte habe, spiele ich sehr gerne auch ein bisschen Tischtennis mit meinen Kindern und laufe ab und zu, halt ein bisschen. Aber neben dem Fußball und der Familie bleibt eigentlich wenig Zeit. Profifußballer. Fußballer. Ja, mit dem Trainerteam bei uns. Also muss ich sagen, wir haben eine ganz tolle Atmosphäre bei uns und wir lachen sehr viel. Wir arbeiten natürlich auch sehr konzentriert, aber wir haben ein total harmonisches Verhältnis untereinander. Was nicht bedeutet, dass der eine dem anderen nach dem Mund redet, sondern wir sind schon auch kritisch in der Phase. Aber wir haben eine sehr, sehr tolle Atmosphäre bei uns im Trainerteam insgesamt. Dankeschön. Bitteschön.